Der Kandidat hat 100 Punkte. Wenn's reicht. Wieso erkennst du mich? Déjà vu. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt's einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plural. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de Nada. Versch mich nicht. ...lockeren Frauen der Karibik schwingen sich den ganzen Tag in den Hüften und leben einfach. Ich würd mich auch gern den ganzen Tag in den Hüften schwingen. Weißt du was? Du bist ein richtiges Arschloch. Neigt ihr Mann zu Gewalttätigkeiten? Okay. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder. Er war's nicht. Woher wollen Sie das wissen? Sie sagten doch selbst, Sie hätten den Täter nicht gesehen. Hier. Das lag in meinem Briefkasten. Das drauf ist, dass die Musik an, der Literatur mit eben nach Franke war. Das war die Musik an. Das war die Musik zu Beginn für eine Hause. Vielen Dank.